Musik 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 Okay, ich denke ich auch, das lohnt sich nicht. Okay, dann wäre irgendeiner, Coley Moley. Okay, so alle und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kingdom Defense. Wir sind Team Rot, jetzt mal alle nur in Team Rot drinne. Ich habe das Soldatenkit gewählt und unser König ist Basti Apple. Geh zurück nach Team Basti Apple! Such mir das doch! Basti Apple, ja du siehst es dasselbe! Geh zurück in die Base! Okay, ich glaube ich werde mal als Soldat Basti Apple beschützen. Mein Lieblingskript ist einfach nur der Soldat, weil man einfach nur ein gutes Schwert hat, ohne irgendwelche großen Attribute. Geht eigentlich immer ziemlich gut. Ich achte doch nicht auf sowas! Also ich beschütze jetzt mal Basti, ne? Dann, ich werde da mal angreifen. Ich habe Tech. Ich komm mit, ich komm mit. Logo, glaube ich, bei dem König. Okay. Ja, ich seh den. Weiß, die Basis hat nur einen Eingang, ne? Man kann ja am Eingang warten, wenn jemand kommt, oder? Man kann Double Jump, ja der hat nur einen Eingang. Achso, mit Double Jump kommt man rein, oder was? Ja, Logo ist auf dem rechten Turm von deren Base. Ich glaube das ist der König, weil der da ganz alleine ist. Okay, ja das kann sein. Okay, hör mal Basti, du bist jetzt oben bei uns drin, ne? Ja, Logo, ich greife den gerade an, aber ich komme an ihm vorbei. Ich bin jetzt sicher, ich habe ganz viel... Finde ich gerade an ihm. Es ist sogar ein gutes Zeichen. Ja, komm mal ganz hoch, dann siehst du mich schon. Achso. Ja, gut, ich bin mal ein bisschen auch inkompetent. Mal kurz gucken, hier. Hast du einen Double Jump gemacht, oder? Ne? Ah, den könnte ich auch mal machen. Ah, da, okay, klar. Ja, genau. Und jetzt versuche ich gleich mal mit dem Double Jump da hinten rüber zu kommen. Okay. Ach, da oben steht's mit dem Double Jump. Scheiße. Wo bist du? Äh, ne, Logo war's nicht, Logo war's nicht. Dann bin ich auf dem Dach und dann, wow. Okay, soweit ich probier mal. Ich habe jetzt, glaube ich, Double Jump in einer Sekunde genau. Okay. So, jetzt bin ich hoch. Jetzt bin ich voll rein gefahren, das ist mir, glaube ich, egal. Hm. So. So kommt man nicht. Ich bin hier runter. Ah, ganz unten wieder. Ja, siehst du doch, ich bin hier bei dir. Hier. Ah, da, okay. Da kommen wir mit dem Doppensprung nicht hin. Ich such grad, ja, Logo würde ich sagen, oder? Hugo? Ne, hab ich auch schon gekillt. Hugo und Logo sind's auf jeden Fall nicht. Okay, gut, schon mal zu wissen. Bei uns, gut, bei uns sieht man's ziemlich doll, ne? Weil wir jetzt... Ich hab's geschafft, hier oben raufzukommen. Eigentlich ist das nicht schwer, Basti. Balui ist's wahrscheinlich. Ja, ich geb's doch mein Bestes. Ja, dann ist Balui. Ja, klar, das schaffst du. Okay, dann gucken wir uns da auf rein. Wo ist Balui? Ah. Das ist hier die Frage. Okay, du hast vielleicht einen ja genau frei. Da ist Balui, da ist Balui, da ist Balui. Wo ist er? Wo ist er? Ich hab wohl ein Feuer... Na gut, man glaub ich... Oh, ne, 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 ne. Aber ich eh spät, ja. Ja, ich seh Balui. Ich glaub, ich würde uns da oben raufkommen, ne? Balui ist ein verkackter Tank, alter. Ja, lass einfach hier bleiben. Ich hab Balui. Ja, Balui ist da. Stell du dich hier hin? Supergeil. Ich geh hier hin. Weil du könntest ja theoretisch auch König sein. Ah stimmt, ich bin der König, richtig. Ja, stimmt. Ich könnte dich auch auch beschützen. Ja, wir haben Balui getötet. Achso, geil. Okay, also jetzt alle blauen töten, ne? Ja, Retreno. Dann kann der König auch jetzt raus, also. Genau. Super. Nicey. Ja, so ist der heut nicht geordneter dann auch. Ja. Warte mal, jetzt macht es jetzt Spaß, wenn man den auch abspringen kann. Da ist Nuna, Nuna, los. Wo ist Nuna? Ich kassiere. Ich mach ab und zu mal aus den Doppelsprungen. Gern da ganz auf springen beim Pekki. Läu. Du hast ihn immer einfach noch getötet. Nein, was sollst du denn scheiße? Da ist Nuna. Haben wir geho... Ne, warte mal kurz. Ah nein, kacke, ich hab Nuna. Vielleicht noch mal ein bisschen defensiver agieren sollen. Ja, so mal alles offen, ne? Weil beide tot sind. Kacke. Wohl, Kekste. Daki, Daki ist hier. Ich weiß, ich bin gleich tot. Ja, Daki, Daki. Ja, geschafft. Jetzt nehmen noch zwei Stück. Oh, ne. Ja, sehr schön. Hugo, wo ist der dahinter? Das ist Hugo! Hugo! Komm doch her, mein süßer! Ja, was ist denn los mit dem Hugo? Der ist, glaub ich, der ist, glaub ich, so'n named, also so'n, so'n... wie heißt der? Tank, glaub ich, heißt der, ne? Tank, ja. Weil der ist nicht lang so gewesen gerade. Ne, der ist gar nicht. Tank hat die Erbrustplatte. Achso. Los Hugo! Ich, ich geb ihm, ich geb ihm! Ja! Jawoll! Titi! 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 War echt nochmal spannend, krass! Dann, äh, ja, ich hoffe, dass diese Runde gefallen hat. Verabschiede ich einfach hier für alle. Und dann, ja, bis zur nächsten Runde oder bis zum nächsten Mal. Und so, tschüss! 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 So, und da sind wir bei einer weiteren Team-Runde hier, Kingdom Defense. Und jetzt sind wir alle im Team wieder. Und die müssen auf Nulan aufpassen! Nulan, du bist König du bist König. Upsi! Ohohohohohohohohoh!! Achtung, Weißweiß kommt schon jetzt! Bitte helf mir! Die, äh, machen so'n'art Invasion irgendwie gerade. Wer soll ich hinfahren? Nein, was kills mich! Das ist gar nicht so schön, was die hier gerade machen. Der kill's mich echt! He tulee mich echt! Och Gott, die kommen alle zu mir! Vault! Nein, renn! Don Pullman! Ja, ich bin tot. Halbes Herz! Toll! Versteck dich irgendwo! Versteck dich! Sneak! Die rennen mir alle hinterher! Die rennen mir alle hinterher! Wo bist du genau? Ich hab den Heiler! Du musst mir nur entgegenkommen, kann ich heilen! Ich bin hier in der Ecke! Ja, der Ego-Tactics kommt! Oh, ich hab's überlebt! Achtung! Achtung, nur noch ein Rennen! 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 Das ist einfach Ego-Tactics! Das war knapp! Ego-Tactics, der geht nur auf mich, der Hund! Der hasst mich! Dark Hades, bei den Dark Hades, bei denen auf jeden Fall, glaube ich! Ja, wir gehen an die... Ich konnte die so schnell wissen, dass du das bist! Ich weiß auch nicht! Wir haben einen Maulwurf! Wir haben einen Maulwurf! Wir haben einen Maulwurf in uns! Ja, genau! Ich glaube, wer ist das? Wer ist das? Hab Ego-Tactics! Ich renne hier die ganze Zeit rum! Uli Moli macht auch... Oh Gott, wie nur die zwei Herzen! Mann! Die rennen hier hinterher! Ja, die rennen hier die ganze Zeit hinterher! Rennen ja gut! Oh, oh! Oh nein! Oh nein! Alter! Ja! Ja! Das ist so ein... Ich hab nicht einmal irgendeine Dinge gemacht, dass ich der König bin! Was ne Scheiße! Ich glaube, hier hatte sich jemanden verjoint und ist dann in die anderen Stellen gehüpft! Ja, ja! Au! Weiß, weiß! Au! Das tut weh! Mensch, das war mein kleiner Finger! Au! 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 Oh, du hast ihn gekillt! Ja, natürlich! Wir hatten schon ein PvP-Schäfchen, ne? Das sieht man ein! Übeler Kerl! Ihr gewinnt das Indie noch! Ja, ja! Oh, der kommt! Der kommt! Der kommt! Weiß, weiß, weiß! Weiß, weiß... Weiß, weiß! Nee, nicht mit mir! Ich heile mich die ganze Zeit gegen, wenn die mich hauen! Mit meinem coolen Heilungsstab aus der Hose. Verdammt. Mann, ey. Nein, ich verrecke zum ersten. Oh, oh, Darki hat ne Abzahlung. Werd einfach übel langsam. Versteckt euch nicht da oben her. Jetzt mal ran an die Kuletten. Ich will nicht. Wer könnte denn König sein? Ich bin einer der letzten. Darki ist bei denen, Darki ist bei denen. Der versteckt dich. Wo ist der? Wo ist der? Der Darki ist ja. Der ist irgendwo bei denen, aber ich weiß nicht genau. Achtung, da kommt. Ja, aber sich verstecken bringt ja nichts. Das zögert die Runde. Ja, oh, da ist Sebastian. Oh, ne. Oh, Fabo liebst du noch? Ja, wenn wir da wegrennen, ich glaube, es sind unsere Base-Rinze. Ich werde verfolgt. Scheiße. Darki ist, Darki ist, Darki. Scheiße. Ich bin tot, ich bin tot. Ey, ich hab mal eine Frage. Äh, in der Burg von denen. Hat mich einer diesen Channel nicht gemutet? Ey, ja. Ich... Drei Leute, zwei... Nein, drei. Uh, uh, uh. Sag mal, erkennt man Könige nicht immer in ihrer Hose? Diese Leute immer golden hier, oder ist das immer unterschiedlich? Glaub ich unterschiedlich. Ich glaube, das Equipment ist ja selber und dann... Ne, das Equipment gibt das Kit an. Ja. Oh, ich bin tot, ich bin tot. Ich habe auch was goldenes in der Hose, macht mich das zum König? Hörte sie alle, Keks. Du machst das. Ja, nein. Ich habe jetzt noch eine Frage, aber ich glaube, das ist für die... Los, Fabo, los. Was machst du jetzt noch, Fabo? Mach was. 19 Blöcke. Fabo, mach doch mal was aus deinem Leben. Wo ist denn Fabo da? Der letzte Überlebende müsste dann überstark werden, irgendwie. Ich glaube, der auch noch was machen kann. Bin hier weg. Er kriegt einfach die königliche Stimmkraft. Oh, er macht einen auf Wolkenläufer. Kennt ihr diese Werbung? Kennt ihr diese Werbung mit den Wölkchen? Da ist Darkly, aber ja. Also hier mit dem Wölkchen-Joghurt. Gibt's die noch? Mit dem, wo die Polizisse da so lang kommt? Was? Was? Kennt ihr die nicht? Nein. Fabo, hinter dir kommt Basti, ne? Die musst du doch kennen, die ist doch weltberühmt. Wo die Edeka wäre. Ich will doch nur Darkly. Darkly ist... ... und Starry gestanden. Die Granate auf den Kopf geht. Wie viel Schaden machen die? Ich hab mir jetzt eine Repair zugemacht. Das ist ja nicht so viel. Ich will 1 gegen 1 gegen Darkly. Da unten, später, da unten, später. Wir sehen. Und von oben kommt Basti. Boah. Upsi, Upsi. Wolke. Jetzt. Hold auf Darkly. Ich will nur Darkly. Okay, ich geh da gleich runter. Wolkenkracht. Zögert das Unentschieden heraus. Ich zögert es auch. Okay, jetzt bin ich gut. Oh Mann. Wolke, 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 Wolke. Ich kann gar nicht. Wolke, Wolke. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Läuft bei uns. Easy. Da es keine vernünftige Verabschiedung gab, mach ich jetzt noch eben schnell eine. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich als nächstes zocken soll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Ciao Leute.